Laura und der andere Stern von Klaus Baumgart Es liest Bernd Rehäuser Lauras allerbester Freund ist ein Stern. Und das kam so. Eines Abends saß Laura im Schlafanzug am Fenster und sah hinaus über die nächtliche Stadt. Da entdeckte sie plötzlich eine Sternschnuppe. Sie fiel über die Dächer und landete direkt auf dem Gehweg vor Lauras Haus. Was da wohl passiert ist, dachte Laura. Sie schlüpfte in ihre Hausschuhe und ging nachsehen. Auf dem Gehweg fand sie einen kleinen Stern. Einer seiner Zacken war abgebrochen. Vorsichtig hob Laura ihn auf und nahm ihn mit in ihr Zimmer. Aus ihrem Arztkoffer holte sie ein Heftpflaster und klebte dem Stern die Zacke wieder an. Gerne hätte Laura den Stern für immer bei sich behalten. Doch er bekam Heimweh. Dann musst du eben wieder an den Himmel zurück, sagte Laura. Sie überlegte und schließlich hatte sie eine Idee. Von ihrem Geburtstag hatte sie noch gasgefüllte Luftballons. Daran band sie den Stern fest. Gute Reise und besuch mich mal wieder, sagte Laura. Sie ließ den Stern los und die Ballons trugen ihn zurück zu den anderen Sternen. Seither sind die beiden Freunde. Laura spricht fast jeden Abend mit ihrem Stern und erzählt ihm von allem, was so passiert. Von Tommy, ihrem kleinen Bruder, von ihren Freunden und von Mama und Papa. Sie erzählt ihm, ob sie traurig ist oder fröhlich oder ängstlich oder mutig. Und oft kommt der Stern auch mit seinem glitzernden Sternenlicht zu ihr. An diesem Abend, an dem die Geschichte beginnt, sieht Laura zum Fenster hinaus in die Nacht. Ihr Stern leuchtet hell über dem Nachbarhaus. Laura erzählt ihm von der Reise, die sie machen wird. Morgen fahre ich ans Meer, schwärmt sie. Das wird schön. Ich werde baden, jedenfalls wenn es nicht zu kalt ist, und Muscheln sammeln und zusammen mit Tommy eine Sandburg bauen. Du kommst doch auch mit. Ihr Stern dreht sich und sprüht Lichtfunken. Natürlich wird er bei seiner Freundin sein. Laura lacht. Abgemacht, dann sehen wir uns dort. Die Reise am nächsten Tag dauert lange. Wann kommt das Meer denn nun endlich? fragt Tommy alle zwei Minuten. Und auch Laura drückt die Nase gegen die Fensterscheibe des Zuges, um den ersten Blick aufs Meer nur ja nicht zu verpassen. Es dauert noch, seufzt Mama. Und Papa fragt, möchte noch jemand ein Stück Apfel? Erst als die Äpfel und auch die Reisekekse alle aufgegessen sind, sehen sie in der Ferne zum ersten Mal einen Streifen blau. Das Meer, das Meer, schreien Laura und Tommy. Und auch Mama und Papa schauen jetzt zum Fenster hinaus. Sie haben ein Ferienhaus ganz nahe am Strand. Sie brauchen nur ihre Badesachen anzuziehen und einen schmalen Pfad durch die Düne zu laufen. Dann sind sie schon am Wasser. Laura rennt sofort hin und patscht mit den Füßen hinein. Brrrr. Doch es ist schon ziemlich kalt. Trotzdem wirft Laura sich in die Wellen, schnappt nach Luft und strampelt und paddelt. Sie kann schon gut schwimmen. Lange hält sie es in dem kalten Wasser trotzdem nicht aus. Bibbernd kommt sie wieder heraus. Papa rubbelt sie trocken. Eine Weile sitzt Laura im Strandkorb und wärmt sich auf. Dann läuft sie am Strand entlang und sammelt Muscheln. Es gibt hier ganz schöne, weiße, braune und rosafarbene. Die will sie später, wenn es dunkel wird, ihrem Stern zeigen. Tommy sitzt in einem kleinen Ruderboot, das auf dem Sand liegt, und spielt Pirat. Klar zum Entern, schreit er. Schätze und essen her. Der Käpt'n ist hungrig. Laura merkt, dass auch sie Hunger hat. Also gehen sie und Mama zu einer kleinen Bude, die am Strand steht. Dort verkauft eine Frau Schwimmflossen, Aufblastiere und alle möglichen anderen Sachen. Zum Glück auch Limo und Sandwiches. Der Nachmittag vergeht schnell. Laura und Tommy bauen noch eine mittelgroße Sandburg, die von einer Sturmflut aus der Gießkanne überschwemmt wird. Dann ist es Abend. Aber wir sind ja noch viele Tage hier, sagt Papa. Sie gehen zurück in ihr Ferienhaus. Nach dem Duschen geht Tommy gleich ins Bett. Er ist sehr müde. Doch Laura will noch einmal an den Strand. Sie möchte ihren Stern treffen. Bitte nicht mehr so lange, sagt Papa. Laura nickt und rennt den kurzen Weg zum Strand. Der Himmel ist rot und violett gefärbt und spiegelt sich im Meer. Ganz schwach leuchten schon die ersten Sterne. Es sieht ganz toll aus. Das Meer ist etwas zurückgegangen. Ebbe, nennt man das, hat Papa erklärt. Einmal am Tag zieht sich das Wasser zurück. Und erst ein paar Stunden später steigt es wieder. Der Strand ist jetzt ein ganzes Stück breiter geworden. Plötzlich entdeckt Laura etwas im Sand. Einen Stern. Laura hebt ihn auf. Er krümmt seine Zacken und hält sich an ihren Fingern fest. Er ist orange und ein wenig glitschig und glitzert nicht wie Lauras Stern. Doch Laura ist sofort klar, was passiert ist. Er ist vom Himmel heruntergefallen, genau wie ihr Stern damals. Und weil er auf den feuchten Sand geplumpst ist, hat sein Glitzern aufgehört, überlegt sie. Aber das wird schon wieder, wenn er erst wieder am Himmel ist. Sie sieht nach oben. Von irgendwo dort muss der Stern gekommen sein. Aber keine Angst, sagt Laura. Ich helfe dir wieder nach Hause zurückzukehren.